So, wir haben die Fahrplan gewechselt. Ich brauche mal ein Stück vor. Wir haben hier gerade die Fahrplan 198 genommen und eine 16-Minute-Fahrt, alles klar. Dann ändern wir hier alles. Ich glaube die 2 ist es. Ja gut, die 1. Dann fahren wir mal mit den 198 Meter. Hier geht's. 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 Vielen Dank. ... 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 Ich wollte schon wieder was übersehen. Please. Ich wollte schon wieder was übersehen. Vielen Dank. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Häh? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Am nächsten Mal. Wir sehen uns beim 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 nächsten Mal. Stabtskarte in Regen. Alles klar, von dieser Seite fährt er halt so rein. Stabtskarte in Regen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, das war es schon mit dieser Folge, mit dieser Aufnahme. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder mit Let's Playroom Sybus Simulation 2. Bis zum nächsten Mal.